Hallihallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde! Wie gewünscht sind hier die Charaktere, die ich am wenigsten mag. Wieder ein Ranking, wieder sind es fünf und wieder sind es Charaktere dabei, die es nicht in das Ranking geschafft haben. Viel Spaß! Nummer 5. Ramsey Bolton. I have plenty of time for you. Perhaps I'll marry too. Nummer 4. Peter Bavich. You'll hear me clear across the narrow sea. Nummer 3. Vyda Frey. My granddaughter... Werthel. Welra... Weldino. I'm Mary. Fine. Nummer 2. Cersei Lannister. Nobody cares, what your father once told you. Bevor ich zu der Nummer 1 komme, sind hier die Charaktere, die es nicht in das Ranking geschafft haben. Theon Kaufreuth. Sansa Stark. Tywin Lannister. Malisandre. Und aufpassen, es folgt eine wunderhübsche Beschreibung. Typ von den Meistern in Myrhen. Long after we've returned to the dead. My father would've liked you. Nummer 1. Joffrey Baratheo. Oh, all because of a war you started. You're talking to a king! Ha! And now I've struck a king. Did my hand fall from my distance. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch in die Kommentare, welche Charaktere ihr am wenigsten mögt in Game of Thrones. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Eine schöne nächste Woche. Und ihr alle wisst, was in der nächsten Folge so passieren wird. Auch ohne den Leak gelesen zu haben oder geschaut zu haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Schlacht bei Ostwacht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert ihr mich einfach ganz schnell. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich kann auch noch sagen, Tschüssi!